Hallo und herzlich willkommen bei Game Me Up. Mein Name ist Mr. Moody und ich versuche heute einfach mal Dirt 3 anzuspielen. Es ist mein erstes eigenes Video und ich gucke einfach mal, was dabei rumkommt. Erstmal melde ich mich hier bei Games for Windows Live an und dann schauen wir gleich einfach mal weiter. Da bin ich schon. Wahnsinn. Mr. Moody, Dirt 2 in Rennen 2, nehmen wir einfach mal Autosave Warnung, machen wir auch okay. Passt halt schon. Ich spiele das Ganze mit einem Xbox 360 Controller und mache einfach mal ein Direkt-Tour. Zack, Geof Blast. In den oberen Runden 250 Punkte freischalten geht noch nicht. Nämlich hier unten links 250 Punkte. Beim Rallycross geht es mit vielen Autos gleichzeitig über Rundkurse. Auf kurzen Sprints führen die Strecken über verschiedene Beläge und garantieren spannende, aggressive Rennen. Ich bin mir gespannt, wie das wird. Mal kurz was ausschalten. So. Fahren wir einfach mal los. Nehmen wir hier ein... Nehmen wir das Auto einfach mit 556 PS. Nehmen wir da nicht ausreichend motorisiert und versuchen jetzt einfach mal die Gegner in Grund und Boden zu fahren. Gucken wir, ob es klappt oder nicht. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Willkommen im Michigan Smelter. Rennen natürlich. Lassen wir alles so voreingestellt. Wir ändern erstmal gar nichts. Ja, und jetzt mal den Start verschlafen. Ja, ich bin schon frei, Mann. So, hier doch. So, ich hole meine Fahrt nochmal kurz schnell rein. Ich glaube, das ist auf leicht eingestellt. Wie ich merke, habe ich auch eine Bremshilfe. Das ist ja natürlich ganz einfach. Dann gehe ich auch noch mal kaputt. Ich bin das erste Rennen ganz okay, weil ich hier fahre. Ja, ansonsten werde ich das wahrscheinlich irgendwann ausstellen. Ich gucke, wie ich hiermit zurechtkomme. Jawohl, 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 jawohl. Ja, weiter geht's hier. Nächsten Überhol. Zack, sind wir schon auf Position 4 vor Nacht. Fahren wir einfach mal weiter. Den nächsten Vordermann kriege ich an der nächsten Uhr. Aber da fahre ich einfach mal innen vor weit. Zack, bin ich schon auf Platz 3. Ja, und weiter läuft der Hase hier, ne? Können wir die Kameraperspektive wechseln. Und mal Onboard, ist auch was schönes. Zack, schieben wir den einfach mal ein bisschen zur Seite. Oh, jetzt hat die Kurve übersehen. Ey, ist der Full Pool hier. Guck ein bisschen zurück, wo die Gehter sind. Passt doch doch wunderbar. Jetzt fahre ich mal die letzte Kurve hier, so sieht das aus. Einfach mal voll, sonst Pull ein paar drüber. Ja, wunderbar. Das war ja mal ein kurzes, knackiges Gameplay. Ey, machen wir weiter. Ist ja eine ganze Rallye, die ich hier fahren muss. Ist ja nicht einfach nur ein Rennen. Dann mache ich das nächste einfach mal direkt hinterher und werde dann höchstwahrscheinlich mal wieder Erster. Nein, ich bin nicht überheblich. Ich habe doch nur pures Glück gewesen. Dass ich die Pfeifen ausschalte, sieht das bei mir auch wieder ganz anders aus. Aber es scheint es doch gewesen zu sein. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich hier bei euch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich werde mir bei der nächsten Video jetzt ein bisschen mehr Mühe geben. Es ist einfach nur das erste Video, was ich mal aufgenommen habe. Ja, bis dahin würde ich sagen, macht's gut und man sieht und hört sich. Ciao, ciao.